Ich gehe hin und suche mir den ersten Erfahrungsbericht über liposomale Nahrungsergänzungsmittel und was finde ich eine Frau, die liposomales Vitamin D genommen hat und ihr Vitamin D Spiegel ist massivst eingebrochen. Herzlich willkommen Leute, hier mal meine Meinung zu liposomalen Nahrungsergänzungsmitteln und ihr wisst vielleicht schon was dabei rauskommt, ich erinnere euch an mein Trendvideo, was es bedeutet, immer wenn ein Trend rauskommt, ist es ein Scam. Ich werde euch das Video hier unten verlinken und auf jeden Fall wollte ich hier euch mal etwas über liposomale Nahrungsergänzungsmittel erzählen. Als ich das erste Mal davon gehört habe, haben bei mir so und so alle Alarmglocken geläutet, weil das ist neu und neu bedeutet immer Scam, deswegen habe ich ein großes Trendvideo gemacht und deswegen war ich da schon immer sehr sehr skeptisch. Und dann gehe ich hin und suche da nach Erfahrungsberichten jemand, ja, liposomales, irgendein liposomales Mittel genommen und dann den Blutspiegel testen lassen, zum Beispiel Vitamin D und was ist dabei rausgekommen, okay. Und da stoße ich auf das Video von der lieben, lieben Sonja, ja, ich mag die ja sehr, die Sonja. Und auf jeden Fall gucke ich dieses Video und ich dachte, ich bin eine Leute. Sie hatte liposomales Vitamin D genommen und ihr Spiegel ist massivst eingebrochen. Wir können einfach mal rein switchen. Das ist das Video. Natürlich einen Daumen hoch gegeben, dafür, dass sie die Wahrheit sagt und dafür, dass sie diesen Test gemacht hat. Und sie hat auf jeden Fall erst mal normales Vitamin D genommen, okay, mit dem ihr Spiegel angestiegen ist und wir gucken ganz kurz mal, was für ein Vitamin D sie genommen hat, bei dem der Spiegel angestiegen ist und das ist, oh, das ist, dieses Vitamin D kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Habt ihr das schon mal gesehen? Habt ihr das hier schon mal gesehen? Ja, ganz zufällig. Vielleicht hat sie es auf meine Empfehlung hingenommen, weiß ich nicht. Also, ich und sie, wir kennen uns, ne? Und auf jeden Fall hat sie ihren Spiegel mit echtem Vitamin D angehoben, okay, weil so funktioniert nun mal. Fettfreies, richtiges Vitamin D, ja, das ganz normale Vitamin D, was sich schon immer bewährt hat und was schon immer benutzt wurde, ja, womit alle Studien gemacht werden. Ganz normales Vitamin D, Kohlecalciferol nennt man das, okay? So, und dann hat sie ein Vitamin D genommen und zwar ein liposomales Vitamin D und dann ist ihr Spiegel komplett eingebrochen. Ich habe hier eine Grafik erstellt, die gucken wir uns einfach mal an. Ich finde, die ist ganz gut und zeigt so die wichtigsten Punkte. Wir vergleichen hier jetzt einfach mal, ja, sie hat 7000 internationale Einheiten am Tag genommen, ja, Vitamin D pro Tag und ich habe ja mal ein Vitamin D Video gemacht, ja, wo ich meinen Bluttest gezeigt habe, das Video ist online, könnt ihr euch angucken, ja, Lichtblick, Bluttest, ne? Findet man ganz schnell. Und auf jeden Fall habe ich persönlich wie viel Vitamin D genommen, könnt ihr euch daran erinnern, meine Zuschauer? Ich habe Vitamase genommen, 14.000er, jeden zweiten Tag. Das heißt, ich habe 7000 Einheiten pro Tag genommen, richtig? Ich habe ja nicht das hier genommen, ja, ich habe den Vorgänger davon genommen. Damit habe ich jetzt angefangen ganz neu, aber das promote ich schon länger, ja. Das Vitamase habe ich ja davor genommen und habe das aufgebraucht und damit mit dem Vitamase 14.000, ja, das heißt 7.000 pro Tag, ich habe es alle zwei Tage genommen, habe ich 7.000 Einheiten am Tag genommen. Genau wie die Sonja 7.000 Einheiten am Tag liposomales Vitamin D genommen hat, okay? Und ihr könnt hier den Referenzbereich sehen von mir, das ist mein Referenzbereich, von mir selbst entworfen und auf jeden Fall habe ich mit 7.000 Einheiten am Tag meinen Vitamin D Spiegel angehoben und zwar fettfreies, ganz normales Kohlecalciferol Vitamin D, ja, ganz genau das, was ihr auch benutzt, falls ihr das richtige Vitamin D benutzt, unten kein liposomales. Und auf jeden Fall ist mein Spiegel angestiegen von 14 auf 62 Nanogramm, mit 7.000 Einheiten am Tag. Und die Sonja ist hingegangen, hat ein Experiment gemacht und hatte einen Spiegel von 91, also einen sehr hohen Spiegel, hat sie sich mit normalem Vitamin D erarbeitet, ja, normales Vitamin D, Kohlecalciferol. Und dann ist sie geswitcht auf 7.000 Einheiten am Tag mit liposomalem Vitamin D, das in einer Fettlösung liegt, ja, so 76% Fett, wie habe ich das ausgerechnet? Ich habe einfach geguckt, was für ein Produkt hat sie, da stehen Kalorien drauf und da steht Fettgehalt drauf, habe ich es ausgerechnet, 11,3 Gramm Fett auf 137 Kalorien, ja, macht 76% Fett, okay? Und jetzt ist ihr Vitamin D Spiegel dramatisch eingebrochen von 91 Nanogramm auf 36 und 36 ist für mich schon ein leichter Mangel. Ja, du willst schon ein bisschen höher, du willst 40, ja, 40 ist ein guter Wert. Wenn man 40 hat, würde ich auch sagen, halt den, du brauchst auch nicht höher, halt den einfach, okay? Und das ist schon sehr, sehr seltsam, versteht ihr? Könnt ihr diesen Unterschied hier sehen, der so mega wichtig ist, den hier und den hier, könnt ihr diesen Unterschied hier sehen, bei gleicher Dosierung, bei gleicher Dosierung, Leute, das ist ja der Knallhammer, okay? Wie kann man mit 7.000 Einheiten auf so einen Spiegel hier kommen? Kann mir das irgendjemand erklären, ja? Ich könnte es erklären, ja, weil normalerweise ist es nicht möglich, auf 36 Nanogramm zu fallen mit 7.000 Einheiten pro Tag. Das geht nicht. Ich bin mit 7.000 Einheiten pro Tag auf 62 angestiegen. Und der nächste Punkt ist auch noch, sie hat das zweieinhalb Monate genommen, okay? Nur zweieinhalb Monate und sie ist in zweieinhalb Monaten so hart gefallen. Was ist, wenn sie das viereinhalb Monate gemacht hätte? Wäre sie dann vielleicht auf 26 gefallen? Ja, weiß man nicht, weil sie hat nur das ganz kurz genommen, okay? Und von daher, Leute, ja, diese Sache mit liposomalen Nahrungsergänzungsmitteln, ich habe es euch gesagt, ja, lasst die Finger von Trends, lasst die Finger von irgendwelchen neuartigen Sachen, ja, das Rad wurde neu erfunden, jetzt sind die mega Nahrungsergänzungsmittel da, ja, die funktionieren viel besser, ganz anders. Und das tut mir auch so sehr leid, ja? Ich mag die Sonja unglaublich, okay? Ich mag ihren Kanal, ich habe sie am Anfang gepusht, ich habe sie in Videos erwähnt. Ich mag diese Frau einfach, okay? Sie ist mega lieb und alles. Aber sie ist leider auf diese liposomalen Nahrungsergänzungsmittel reingefallen. Und das Schlimme ist auch noch, sie hat dann ein Video gemacht, wo sie sich dann auch noch entschuldigt hat, dass sie sich mal negativ oder halt, sie hat ihre Meinung geteilt, ja, dass ihr Spiegel gefallen ist, also, ja, wenn man das als negativ sieht, negativ geäußert, der Punkt einfach, der mir so unglaublich leid getan hat, dass sie angefangen hat, die Person auch noch zu pushen, ja, die diese liposomalen Sachen rausbringt, ja, oder halt von denen, die sie benutzt hat und hat auch angefangen, seine Sachen unten unter ihren Videos zu verlinken und hat sich entschuldigt und weil er hat ihr dann erzählt, das kann man nicht messen oder das siehst du nicht an dem Blut-Vitamin-D-Spiegel, sondern das ist in den Zellen. Ja, das ist auf einmal was ganz, ganz Neues. Du nimmst dir dieses Vitamin-D und dein Vitamin-D-Spiegel im Blut fällt, weil jetzt hast du Bioaktives in den Zellen, das ist auf einmal was ganz Neues und das kannst du auch nicht messen, das ist, ne, hast du Pech gehabt einfach, das ist einfach, ja, glaub mir einfach, verstehst du und das tut mir so leid und ich habe ihr auch geschrieben, das Beste, was du machen kannst, ist, du nimmst dieses Entschuldigungsvideo runter, lässt das Video hier stehen, das hier natürlich, ja, und nimmst die ganzen Links von ihm raus und hörst auf, diesen Unsinn zu promoten und machst das, was richtig ist und du weißt ganz genau, was richtig ist, ja, das ist richtig, es ist das richtig, was schon immer funktioniert hat. Sonja, wie wurden alle Studien von Vitamin-D gemacht? Wie wurden die gemacht? Mit ganz normalem Vitamin-D, okay? Solange du nicht irgendwelche Placebo-kontrollierten, randomisierten, ja, Doppelblend-Studien hast, wo gezeigt wird, die Leute, die normales Vitamin-D nehmen, haben so einen Spiegel und die haben so eine Wahrscheinlichkeit an Krankheiten, die Liposomales genauso viel nehmen, haben irgendwie noch niedrige Wahrscheinlichkeiten an Krankheiten, bevor sowas nicht rauskommt, würde ich nicht damit rumexperimentieren, okay? Sonst kommt ganz genau sowas dabei heraus, ja, verstehst du? Das ist alles nicht so schwierig. Du hast mir dann auch geschrieben, wie soll man als Laie da noch durchblicken, weil ich sage das so, eine andere Person, die diese Mittel vertreibt, sagt das anders, ja, das ist in den Zellen, das kann man nicht messen, das ist was ganz Neuartiges und nur in den Zellen, das ist das Aktive, die aktive Form und das wird an Protein gebunden, ja, kennt ihr diesen ganzen Unsinn? Ich werde euch hier ein Video zu einer bestimmten Person unten verlinken, natürlich, ne, falls jemand das Video noch nicht gesehen hat und auf jeden Fall, Leute, ja, wie blickt man da als Laie durch? Man blickt da als Laie durch, indem man aufhört, das Rad neu zu erfinden, indem man aufhört, mit irgendwas sich auszudenken, ja, du hast Vitamin D genommen, ganz normales Vitamin D und zwar das hier auch noch, ja, und dann ist dein Vitamin D Spiegel angestiegen, du warst mega zufrieden, du hattest einen hohen Spiegel, du sagst im Video, du willst einen hohen Spiegel haben, ja, um dich vor Krankheiten zu schützen und jetzt gehst du hin und fängst an, rumzuexperimentieren, ja, jemand kommt zu dir und sagt, ja, aber meine Mittel, das ist was ganz Neues, ja, dein Vitamin D Spiegel wird fallen, aber hast du halt Pech gehabt, das sind den Zellen, das kann man gar nicht messen, aber nimm einfach, das ist besser und dann kommt sowas dabei heraus, okay? Hört auf, rumzuexperimentieren. Im Englischen gibt es so einen guten Satz, der heißt, never change a running system, okay? Änder niemals ein System, das funktioniert, es hat doch alles funktioniert. Warum hast du mit diesem ganzen Unsinn angefangen? Okay? Deswegen, ja, mein Tipp, distanzier dich von diesem ganzen Unsinn, okay? Und du, diesen Unsinn, den siehst du hier, den hast du an dir selbst festgestellt. Werd wieder wie früher, Sonja, ja, du hast so tolle Videos gemacht, kannst du dich an dein Milchvideo erinnern, kannst du dich an Gary Jurovsky erinnern, ja, dein Video über ihn, auch super gut, alles super toll, ja? Warum jetzt auf einmal dieser ganze, dieser ganze Unsinn, okay? Von daher auch noch mitziehen mit der ganzen Sache, das ist, das ist halt der Knallhammer. Ich wünsche mir echt die alte Sonja zurück. Und auf jeden Fall, ja, das ist einfach der Punkt und noch so eine Sache, einfach, einfach hier eine Sache für den Kopf, ja, um das zu verstehen, auch wieder verleihen. Wie, die ganzen Studien an Vitamin D, wie zeigen die irgendetwas Gutes? An, 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 anhand von was zeigen die etwas Gutes? Anhand von dem Vitamin D-Spiegel, den man testen lässt, diesen, der hier steht. An diesem Spiegel testet man doch, ja, die Wahrscheinlichkeiten für die Krankheiten. Ich habe einfach mal Vitamin D eingegeben bei Google Bilder und habe das Bild gefunden. Hier geht es darum, wie oft wirst du eingeliefert ins Krankenhaus wegen Asthmaanfällen. Und man sieht am Vitamin D-Spiegel, ja, dass die Wahrscheinlichkeit massiv sinkt, je höher dein Spiegel im Blut ist, ne, nicht in den Zellen und bla bla bla. Ja, und du sorgst dafür, dass dein Vitamin D-Spiegel sinkt, also die Wahrscheinlichkeit für dich für Krankheiten geht hoch, verstehst du? Ja, und das ist doch, das ist doch der Punkt, okay? Die ganzen Studien, die werden gemacht, die zeigen, deine Wahrscheinlichkeiten für Krankheiten sinken, je höher dein Spiegel ist, ja, und nicht irgendwas in den Zellen, bla bla, dieser ganze Unsinn, wie kannst du das denn sowas glauben? Wenn ich zu dir hinkomme und sage, ich habe jetzt das neueste Vitamin D, das, mein Vitamin D heißt, äh, Vitamin D Chromi, Homi, äh, Mondiloni, ja, und das sieht so aus, ja, und wenn du das einnimmst, dann hast du Vitamin D in den Ohrläppchen und das schützt dich noch mehr vor allen Krankheiten, aber dein Vitamin D wird, äh, Spiegel wird sinken, weil, ne, das ist halt, äh, das ist halt einfach so, weil das ist in den Zellen und so, glaubst du das dann oder was? Oder glaubst du vielleicht der Wissenschaft, ja, 12.000 Studien über Vitamin D, die Leute, die hohen Spiegel haben, haben niedrige Wahrscheinlichkeiten, die Leute, die niedrigen Spiegel haben, so wie du, ja, die haben hohe Wahrscheinlichkeiten, ja, willst du vielleicht wieder in den Bereich gehen, äh, wo, wo hoher Vitamin D Spiegel, wenig Krankheiten, das sagst du sogar im Video, dass es dir so wichtig ist, ja, einen hohen Vitamin D Spiegel zu haben, ja, dann mach das Richtige, mach das, was schon immer funktioniert hat, okay? Von daher, Leute, ihr seht, wie leidenschaftlich ich bei diesem Thema bin, weil ich sowas einfach nicht abhaben kann, vor allem, wenn ich Leute sehe, die ich mag, okay? Von daher, ja, never change a running system, Leute, und haltet euch fern von neuen Sachen, irgendwas Neues kommt raus, das neuste Vitamin, Vitamin B12, ja, das wird hundertmal besser aufgenommen, bla bla bla, dieser ganze Unfug, solange du nicht Studien dazu siehst, und wenn du Studien dazu siehst, dann schick sie mir, ja, und schick sie Leuten, die sich damit auskennen und sag erstmal, Eugen, was sagst du dazu, okay, und dann gucke ich mir das an und dann sage ich dir etwas dazu, anstatt einfach irgendwelche Sachen auszuprobieren, oh, jetzt kommt mir da einer an und will mir da irgendwas verkaufen, ich mach's auch noch, ich versuch das auch noch, ja, komm schon, Leute, ja, was ist das hier, kann mir das mal einer erklären, ja, was ist das? Von daher, meine Empfehlung für liposomale Nahrungsergänzungsmittel, Finger weg, ja, das ist meine Meinung, ja, Finger weg von Trends, guck mein Trends Video, immer wenn irgendetwas Neues rauskommt, Bullshit, tu das, was schon immer funktioniert hat, tu das, was alle Studien zeigen, Menschen nehmen Kohlecalciferol, das ganz normale Vitamin D, und auch noch, hier ja auch das Lustige, ne, auch noch fettfreies Vitamin D, und sie hat auch fettfreies Vitamin D genommen und ihr Spiegel ist so massiv angestiegen, genau wie bei mir, fettfreies, ölfreies Vitamin D, und der Vitamin D Spiegel steigt wie blöde, ne, und du nimmst es mit Fett und er bricht ein, ja, und Olivenöl hemmt Vitamin D Aufnahme, kennt ihr Olivenöl Vitamin D Tropfen? Ich schon, okay, ich hab das, ich hab ein Video dazu gemacht, ja, da hab ich die Studie gezeigt, von daher Leute, ja, hört auf mit diesem ganzen Nonsens, tu das, was schon immer funktioniert hat, das ist mein absoluter Tipp dazu, das ist mein Video zu liposomalen Nahrungsergänzungsmitteln, ja, meine Empfehlung, nehmt echtes Vitamin D, was schon immer funktioniert hat, was schon immer geholfen hat, was jeder Mensch genommen hat, ich hab mein Asthma, meinen asthmatischen Husten losgeworden, indem ich Vitamin D genommen habe, okay, ganz normales Vitamin D und alle Studien, äh, alle 12.000 Studien über die Vitamin D haben immer ganz normales Vitamin D genommen und daher kommen die ganzen Ergebnisse über Vitamin D, von daher, ich werde noch ein großes Video über Studien machen, ähm, die positiven Auswirkungen von Vitamin D, ich hab ja jetzt Mangel gemacht, ja, was Mängel bedeuten und dann, wie ich das einnehme, ein großes Video und, ähm, alte Videos hab ich irgendwie 18 Stück oder sowas über Vitamin D gemacht, auf jeden Fall, Leute, ne, das ist meine Meinung zu Vitamin D, ihr habt gefragt, äh, zu liposomalen Nahrungsergänzungsmitteln, ihr habt mich gefragt, das ist mein Video dazu, das ist meine Meinung zu liposomalen Nahrungsergänzungsmitteln, es ist ein Scam, ja, ganz, ganz einfach, weil es ist neu wieder, ja, das Rad wurde neu erfunden, ich halte mich an das, was die Wissenschaft zeigt und die zeigt, Leute nehmen ganz normales Vitamin D und die haben diese ganzen positiven Vorteile davon, deswegen nehme ich ganz normales Vitamin D, alright, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, äh, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, teilt das Video mit euren Freunden und guckt ein weiteres Video, peace.